Ich bin echt froh, dass man mit Zugang zu haben, wenn man die Augen auf die Tür öffnen kann. Ich habe sie aber nicht gegratet, aber ich finde, das kann ich nicht mehr. Und ich bin Simone, die arbeiten hier aber auch nicht magbar. Aber jetzt macht es sich nicht Spaß, mit dir zu arbeiten, es gibt sich ja viel Mühe. Das hat mir einfach gezeigt, dass man einen Partner im Wartenleben auch erleben kann. Und das hat mir viel zu groß, dass ich etwas ausgibt, was da passiert, ohne Sicherheit in mir. Vielen Dank.